hallo ist der martin von money monkey ist das die daxanlöse für nun montag den 15 8 2022 und unser dax hat zum freitag gutes stückchen nach oben getreten und hier schon fast das nächste ziel erreicht das nächste ziel ist ja dann bei 13.960 gewesen damit hat unser dax auf jeden fall wieder gut was gut gemacht wir hatten auch darüber gesprochen eine kleine flacke oder verkeilung sozusagen wenn der dax nach oben löst über 13 700 dass man dann schon davon ausgehen kann dass er es an der 13 800 probiert und auch drüber geht 865 sollte eins der ziele sein 900 und 960 dann 960 finde ich noch mal interessant dass das hier so ein kleines tief was hier von hier links kommt dass die linie war vorher schon da also die ist jetzt nicht wegen dem kleinen tief da ist also einmal ein bereich der auf jeden fall gerne mal umhandelt wird eben knapp vor der 14.000 sage ich mal so die nächste bessere ecke und von daher könnte ich mir ganz gut vorstellen dass man von dort am montag dass man das sich da rein stellt und theoretisch könnte von dort dann eigentlich auch ein pullback auf die 13.800 machen also einmal rein wieder zurück und dann versuchen die nächsten punkt anzulaufen und das wäre so ein bisschen meine erwartungshaltung für den montag ich weiß aber nicht ob ich es shorten würde wollen muss ich dazu sagen sollte der nämlich hier nicht jetzt drehen also das müsste man auf jeden fall eng absichern und schönes signal abwarten bevor man sich dann da zu sehr gegen gegen die bewegung dann stellt bricht er nämlich da durch sollte du sollte die 13.960 dann durchlaufen oder auch drüber gehen wer halt der nächste wichtigere bereich auch tatsächlich erst im bereich um 14.100 rumhalten also 1450 ist immer mal gerne genommen gewesen so aus den vergangenen wochen monaten die da immer mal gerne gespielt 1450 und 14.100 das wären dann die nächsten punkte wenn die 69 hier nicht hält und ja das soweit der blick auf der oberseite unten sollte man aber trotzdem drüber reden sollte er zurückkommen egal ob von 69 oder vielleicht auch schon vorab vielleicht auch schon von der 888 hier sollte sich zurückdrehen wäre 13.800 jetzt ein gutes unterstützungsniveau sollte die 13.800 nicht halten wäre das ein erstes anzeichen dafür dass die supportniveau nicht hält und dann wird es unten ein bisschen kniffliger weil der dann schwieriger zu greifen hat 57 ist dann noch mal interessant und dann haben wir hier unten halt so ein gap offen stehen lassen und der schluss der lach hier im bereich um 13.675 rum grob und die 13.675 wäre dann tatsächlich ich sag mal unterhalb von 13.800 13.750 so das nächste anlaufziel was ich dann sehen würde das kommt dann auch mit dem band hier zusammen von daher würde ich schon fast sagen wenn die 13.800 fällt würde ich mich fast darauf einstellen dass dann auch eine 675 noch angespielt werden kann ja bis dahin ist aber die 800 erstmal von oben unterstützung das heißt er kann sich dort hochdrehen ist jetzt hier erstmal noch in einer aufwärtsbewegung seit dem tief hier die ist auch noch intakt ist noch nicht gebrochen ist langsam ein bisschen am verkeilen das muss man auch ehrlicherweise gestehen auch wenn ich schon leicht positiv bin muss man schon sagen dass das hier langsam auch eine bärische verkeilung werden könnte das heißt die hochwerten immer flacher und die tiefs kommen immer steiler rein und da kann auch kann auch eine bärische verkeilung werden hier im großbild aber das stellen wir erstmal noch zurück beobachten man die nächsten tage das hängt jetzt ein bisschen an wie weit kommt er jetzt hier mit dem neuen hoch raus dann wird das jetzt wieder nur 69 zurück auf 800 und dann raus dann verherzelt sich immer mehr dass das eine bärische verkeilung wird was dann bedeuten würde dass der sich irgendwo dann ein hoch holt und dann richtig dynamisch einmal bis hier unten auf die tiefs noch mal zurückfällt später später jetzt noch nicht noch nicht am montag oder nicht am dienstag oder nicht am mittwoch ja aber das sollten wir auf jeden fall ein bisschen beobachten weil wie gesagt die diese verkeilung sehr sehr schnell und dynamisch lösen mir wäre das hier noch zu früh um mich schon danach zu richten es riecht nur ein bisschen danach weil die hoch so flach kommen und deswegen wird jetzt wichtig auch wie kommt das hoch jetzt wird das 96 zurück auf 800 wieder hoch dann würde das sich ein bisschen erhärten aber solange das noch nicht ist geschehen das muss erstmal zurück nehmen das schon mal ein bisschen mit in die beobachtung mit rein für die nächsten tage ist man ist so lange das noch nicht ist ist erstmal nach oben weiterhin ja erholung möglich kann ja weitergehen also gucken uns die 690 ist man bereich um 14.050 14.100 wenn eine dolle dolle gut drauf ist und ja er kann ich eigentlich gar nicht hinzufügen das wäre es soweit von meiner seite damit wünsche ich euch gutes gelegen viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss